Liebe Mucha, es ist der erste Advent und wir stehen hier auf dem Kirchplatz und nix los. Keine Glühweinbude, keine Waffeln, keine selbst gebastelten Spielzeuge von den Kindergärten und auch kein Kasperlet-Theater vom Purzelbaum. Das ist ziemlich traurig und wir haben uns überlegt, was kann man tun, um ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung zu bekommen. Da ist uns ein digitaler Adventskalender eingefallen und dazu brauchen wir euch. Ja, macht mit, traut euch, schickt uns eure selbst gedrehten Videos an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Solltet ihr technisch ein bisschen Unterstützung benötigen, ist das gar kein Problem. Meldet euch bei uns und wir kommen dann vorbei und drehen das Video für euch. Schickt uns eure weihnachtlichen Grußbotschaften, egal ob es ein Gedicht ist oder nur Grüße oder vielleicht ein Lied oder ihr spielt was vor oder ihr zaubert etwas. Eure Videos senden wir dann zwischen dem ersten Advent und dem ersten Januar. Alles Liebe und Gute, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Liebe Freunde und Gäste des Descansos, wir grüßen euch heute Abend aus dem Descanso, weil ihr, wie ihr alle ja vielleicht schon wisst, unseren Außer-Haus-Service anbieten. Unsere Tapas werden gut verpackt aus dem Ofen kommen und ihr könnt die dann warm verpackt nach Hause abholen. Unsere Speisekarten dazu findet ihr auf unserer Webseite oder aber auf Facebook. Unseren Außer-Haus-Service bieten wir an von Freitag bis Sonntag von 17 bis 20 Uhr. Ihr könnt es entweder telefonisch bestellen unter der 02245 6100 oder über ola.descanso-much.de Ja, wir hoffen, dass uns ganz viele Bestellungen erreichen werden und wir wünschen euch einen schönen ersten Advent. Bleibt alle gesund und wir hoffen, dass wir uns dann irgendwann im Descanso wiedersehen. Bis dann wieder auf der Sch Jimterin. Bis dann wieder. Bis dann. Justine durch. Vielen Dank.